Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine fette Kreuzfahrt Ich sehe den Captain Ich sehe den Captain Ich sehe den Captain Mega geile Bunnies Ich sehe den Captain Ich sehe den Captain Ich sehe den Captain Ich sehe den Captain Zwei voll krasse Typen Ey, die haben hier sogar gepolstert in Liegestühle Krass Eine eiskalte Leiche Oh, krass Und nichts als Ärger Mit 1 Glas, meine Herren, auf meinem Schiff ist kein Platz für dumme Scherzen Ich sehe den Captain Ich sehe den Captain Ich sehe den Captain Hey, Bunnies Alles in Ordnung? Wir machen Frischbott Ich bin in 5 Minuten wieder da Die Leiche muss weg Wer kann was? Was? Der Stefan war's Du bist schuld Selber Selber Bin ich vielleicht der Zieler von dem Typen? Das Handtuch und die Ketten Mein Handtuch Fuck, mein Handtuch ist weg Was ist das eigentlich, was der immer um seinen Hals trägt? Ist das eine Serviette? Das ist ein Handtuch Bin ich krasse Typ? Hab ich die Kuhn schon gewonnen? Was ist denn jetzt mit Hardy? Ist er gut drauf? Ist er fit für heute Abend? Ja, logisch Topfit Hey, krass Ich weiß das einfach halt gar nichts Du bist ja schon ein eiskalter Typ Erkan und Stefan in Der Tod kommt krass Stefan, schau ich gleich aus wie ein Mörder Ja Basti Ich werde Kerzen Wo bist du? Unterdeckt 2, Alter Ich fahre Ich werde Kerzen Was lachen du so prall? Hey, darf ich ihn dir rausholen? Ja, okay Was ist denn hier los? Ich werde Kerzen Ich werde Kerzen Hallo Was geht ab? Hat Jürgen jemand gewonnen? Willkommen in meiner Show Ich werde Kerzen Erkan und Stefan in Der Tod kommt krass Jetzt weiß ich endlich warum ihr zwei wirklich auf meinem Schiff seid Wieso?